Willkommen zurück, mein Name ist Marius Eber, wir sind in einer kleinen Videoserie über Lernmotivation und der nächste Tipp ist, sich das Wissensgebiet so vorzustellen wie einen Baum. Das heißt, ein Wissensgebiet hat eine Wurzel, das heißt, wir fragen uns erstmal, worum geht es denn überhaupt, was ist der Grundgedanke und was soll das Ganze? Dann kommt der Stamm, dann verästelt sich das hier dann kommen die Zweige, weitere Verzweigerungen, die Blätter und die Maserung der Blätter und es muss immer klar sein, sind wir hier im Bereich der Wurzeln und des Grundgedankens oder sind wir hier oben irgendwo in den Details. Die meisten Lehrbücher arbeiten das gar nicht klar heraus und viele Lehrer auch nicht, das heißt, die steigen irgendwo hier ein, das ist das erste Problem und das zweite Problem ist, dass sie nicht sagen, dass sie hier oben einsteigen. Das heißt, ganz, ganz wichtig ist diese Struktur. Ich persönlich arbeite auch mit diesem Bild des Baumes oder mit diesem Bild des Dreiecks, dass ich sage, hier unten ist der Kerngedanke, hier unten und dann gehen wir vom Kerngedanken ausgehend kreisend um den Kerngedanken weiter in die Details. Das heißt, Sie sehen, das Ganze ist nach oben offen, man kann also auf eine beliebige Detailebene gehen, aber immer die gedankliche Verbindung halten zum Grundgedanken. Ja, diese Ausschnitte sind übrigens aus meinem Buch, das Spaßlern-Denk-Buch und wenn Sie meine Video-Coachings interessieren, schauen Sie mal unter spaßlern-denk-shop.de. Mein Name ist Marius Ebert, Dankeschön. Alles Gute, Marius Ebert